Jedi Panda 2 Der große Meister Astro wurde in Form von Taihuns Rache entführt und steht nun unter seiner Kontrolle. Der Panda macht in der Zwischenzeit eine Reise, um neue Kulturen kennenzulernen. Taihun gibt dem großen Meister den Auftrag, seinen eigenen Schüler wie Jedi Panda anzugreifen. Zurück zu Hause erfährt der Panda von den schlechten Nachrichten und sucht im Universalbuch nach Hilfe. Er reist in ein anderes Universum, um sich Hilfe zu holen. Er trifft auf ein verbündetes Einhorn, das ihm verspricht zu helfen. Sie werden aus dem Hinterhalt angegriffen, aber können das Größte ansehen. Das Größte im Glück erstmal abwenden. Astro berichtet dem Huhn vom gescheiterten Angriff, was das Huhn sehr sauer macht. Die beiden nehmen die Rettung des Meisters selbst in die Hand und kräftigen sich noch einmal vor dem großen Kampf. Er wird sich in der Rückkehr immer wieder auf die Hand und kräftigen Sieg und die Fliege des Meisters vor dem Geist. Die erfolgreiche Befreiung des Meisters wird ausgefallen gefeiert. Der Jedi-Panda wird zurückkehren.